Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was die aktuellen Energien von Euch verlangen Der neuntdimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Scranton am 12. Oktober 2020 Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir achten sehr genau darauf, worauf wir uns konzentrieren, weil wir uns so sehr um das kümmern, was wir werden. Wenn Ihr Euch auf irgendetwas konzentriert, werdet Ihr anfangen, damit zu harmonieren, auch wenn Ihr Euch dem widersetzt, worauf Ihr Euch konzentriert. Es ist notwendig, dass Ihr alle darauf achtet, wie Ihr schwingt, denn die Energien, die auf Euch ruhen, bewegen sich immer schneller und schneller. Es wird auch für jemanden immer schwieriger werden, eine niedrigere Schwingung beizubehalten, denn für ihn wird es sich so anfühlen, als ob diese höherfrequenten Energien in seiner Umgebung sehr unangenehm sind. Ihr befindet Euch in einer sehr interessanten Zeit in der Menschheitsgeschichte und es ist sehr wichtig, dass Ihr Euch aussucht, worauf Ihr Euch konzentriert und was Ihr in Eurem eigenen Interesse schwingt. Wenn Ihr Euch jetzt auf das konzentriert, was richtig ist, dort auf der Erde und mit dem menschlichen Kollektiv, werdet Ihr mehr von diesen Dingen sehen. Und was auch immer es ist, von dem Ihr denkt, dass es für die Menschheit falsch ist, wird vergrößert und mehr in Euer Blickfeld rücken, wenn Ihr Euch auf diese Dinge konzentriert. Wir sind hier, um Euch zu dem zu führen, was sich bereits gut in Euch anfühlt. Jetzt können wir Euch auch einige sehr allgemeine Ratschläge geben, wie Ihr Eure Geräte ausschalten und nach draußen gehen könnt, um Euch mit Mutter Erde und Mutter Natur zu verbinden. Denn diese Dinge funktionieren für die große Mehrheit von Euch. Ihr könnt jetzt nach draußen gehen und von einer Biene oder mehreren Moskitos gestochen werden und Euch sagen, dass es eine schlechte Idee war, Euren Fernseher auszuschalten und aus Eurer Tür zu gehen. Aber wenn Ihr Euch auf die Schwingungen von Mutter Erde und Mutter Natur einstellt, könnt Ihr nicht anders, als Euch besser zu fühlen. Es gibt so viel Schönes in Eurer Welt, auf das Ihr Euch konzentrieren könnt, aber Ihr habt diesen Verstand und Euer Verstand wird ständig ein Problem lösen, etwas, das sich beheben lässt. Wir raten Euch, Euren Geist zu entspannen und die Last der Welt von Euren Schultern zu nehmen, denn es liegt nicht in Eurer Verantwortung, alles in Ordnung zu bringen, und wir möchten, dass Ihr spürt, wie sehr Ihr von Wesen wie uns und Euren Geistführern und so vielen anderen, die Euch einfach nur helfen wollen, unterstützt werdet. Wir wollen diese schwere Arbeit für Euch tun. Helft uns, Euch zu helfen. Erschafft mit uns zusammen, und wir werden Euch sogar den ganzen Ruhm überlassen. Aber zuerst müsst Ihr anfangen, Euch darauf zu konzentrieren, worauf Ihr Euch konzentriert, was Ihr fühlt, und Ihr müsst Euch bemühen, Euren Geist und Eure Geräte abzuschalten, damit Ihr Euch auf das einstimmen könnt, was wirklich real ist. Was wirklich real ist, ist, dass Wahrheit und Macht beide in Euch existieren, und Ihr seid diese schönen Kanäle höherfrequenter Energie, wenn Ihr Euch so sein lasst, wie Ihr wirklich seid. Ihr könnt so viel mit so wenig Aktion und ohne Nachdenken tun, wenn Ihr Euch erlaubt, im Fluß der höherfrequenten Energien zu sein, die überall um Euch herum sind, um Euch zu helfen und mit Euch allen zusammen zu erschaffen. Das ist unser Versprechen an Euch. Dies ist das arktorianische Versprechen, und es ist ein Versprechen, das von so vielen anderen höherdimensionalen Wesen des Lichts und der Liebe unterstützt wird. Wir sind der arktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich.